Ich hab's nicht so leicht. Warte mal, ich brauch muss Fleisch. Sag mal, warum bin ich so... Ach so, ok, ich weiß warum. Warte mal, Shadow? Guck mal her. Ja, klar. Du schmeißt die ganze Mülle bei mir rein. Weil wir nicht so viel Gewicht haben wie du. Deswegen. Du brauchst mir nicht die komischen Steinexte reinschmeißen. Ne, das nicht. Das frag ich mich, wer das macht. Ich frag lieber dich. Steinexte? Ja. Subsidien. Mitnehmen. Ich bin halb voll. Na ja, passt ja noch was. Scheinhorn. Scheinhorn. 112 Scheinhorn. Soll ich eigentlich mitnehmen, ja? So. Warte mal, ich kann meins dalassen. Haben wir hier irgendwo ne Blume, wo wir Samen raus bekommen? Was heißt? Du kannst es da eins dalassen. Was hast du denn da raus? Ach so ne Scheiße. Ich hab ein gutes jetzt dabei. Ja, fuck. Ja, kannst du doch grabben. Ich kann so grabben. Oder so. Ja, genau. Also, eine Heilblume ist hier keine. Habt ihr keine gesehen, oder? Äh, bist du klar noch nicht. Weil ich bin hier grad. Ich bin hier grad. Ich bin hier grad nicht noch mehr. Ich kann gleich nicht mehr laufen. Wieso steht hier 620 und oben ist meine Anzeige schon voll mit Dings. Sind hier irgendwo Pilze? Sind hier irgendwo Pilze? Pilze? Weiß ich nicht. Okay. Ich hab Pilze. Warte. Ich hab Pilze. Ich hab Pilze. Ich hab Pilze n Dings drin. Das richtige Scheinhorn jetzt aber ja. Warte. Scheinhorn. Okay. Wir werden jetzt hier irgendwo irgendwo noch ein paar Pilze finden. Also, ich meine, ich bitte dich. Schmeißt du das Fleisch hier jetzt raus? Ja, du brauchst doch Gewicht. Wir haben so viel Fleisch. Ja. Sobald aber auch ich bin wieder da. Auch klar. Ich bin keine Pilze. Ah, eine Schnecke. Oh, Level 8. Ich hätt die gern. Die sind keine Pilze. Ja. Ich werd nicht, ich hab gleich Pilze. Moment. Sank Level 72. An Kilo 112. Den kannst du auch grabben, gell? Ja. Dann grab den und wir gehen nach Hause. Und tame den da. Ja. Wie soll ich denn hier hoch? Wie soll ich von da unten hier hochkommen? Vielleicht hier links. Da ist noch ein Megalodon. Oh, ne. Megalodon ist, äh. Kann ich sein, ist ein Halt. Megalosaurus. Wo ist denn das Scheinhorn jetzt hin? Ja, hier. Soll ich's betäuben? Ne, 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 ne. Hä? Warum denn? Soll ich's betäuben? Soll ich's betäuben? Soll ich's betäuben? Soll ich's betäuben? Oh nein. Das ist ja natürlich denken. Das ist ja natürlich denken. Ein Weibchen drüber. Hier ist ein Bionix. Der Nebel hatte Bionix. Oh, 132 Rockdraid. Ah, ich dehydriere. Nein, komm mir nicht so nah bitte. Nicht in Abgrund, nicht in Abgrund, das ist nicht gut, nein. Noch zweimal. Noch einmal fressen. Oh, wie es damit wedelt. So kann man es auch nicht mehr verlieren. Warum rennst du weg? Renn nicht weg. Also hier bitte einmal grabben. Okay, nach Hause. Äh, da lang. Und da an links. Ne, das ist der hell gerade. Das ist richtig hell, ne? Überleg mal, du färbst die weiß ein, wie hell die dann sein müssen. Stimmt. Der rosa Bomber. Nennen wir uns rosa Armee Fraktion? Mir wurde hier eine schöne Rüstung gesponsert. Die hat eine schöne Farbe. Die aber wieder repariert werden muss. Die hat aber nur 635 Ladungen, ne? Dieses 112er. Echt? Ja. Boah, das ist ja... So. Ja. Was willst du? 635 Ladungen hat das Ding. Oh, ich hab grad niemand sein Kilo. Geht so richtig. Na toll, Schnecke tot. Ich glaub ja. Och, ich Idiot. Was hast du denn jetzt wieder gedroppt? Äh, oh, nix besonderes. Nur ne blaue Longneck. Ich hab's wieder. Ich hab's wieder gedroppt. Oh, oh. Ich hab's wieder gedroppt. Ach so, nicht zu einer anderen Kühleraum kommen, ne? Ich hab's wieder gedroppt. ich war vorn und unten den ankehler weg das ganze hier sieht da unten was ich hab den ankehler von unten geholt jetzt kommt ohne probleme wieder nach oben mit mit der krabbe ja mit der krabbe ich hab nur noch 6.000 nehmen für den krabbe ein ok komm aber wir gehen jetzt ich würde den nicht hier zähmen ich würde den wirklich ähm ja den nehme ich mit nach hause warte shadow ich hab was für dich ja noch mehr ich bin ja auch nicht voll schon genug das kannst du brauchen zum aufhören das bringt mir nichts muss fast 5.000 hoch ein werden laufen oder was ich muss das scheiß schab betragen ich muss ein kilo tragen wo sind wir das ist aber ein anderes bienes ja das ist gerade woanders müssen jetzt so große metallgebilde ok hier ist es nicht hier hoch ach so wir müssen noch über den fluss ne ja ankylo hallo ja 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 was das wird toll mit ankylo überm fluss drüber drüber springen wenn dann ja doch drüber springen geht ich weiß halt nicht was passiert wenn die wenn die krabbe was was gegriffen hat und dann im wasser drin ist und schwimmt das weiß ich auch nicht weil ich glaube mir egal dass auch uns der ist automatisch los wenn er schwimmen muss kann ich dir ja auch nicht sagen er hat er noch nicht ausprobiert da ist natürlich in spino auch noch die andere krabbe da kriegen wir weg wenn wir eben stamina laden der wasserfall sah gerade aus wie ein rock drag wir können auch hier nach links gehen einfach stellen wir können hier nach links genau das sind erstmal ravages warte mal bleibt mal zurück das spielausgleich tot boah die haben knockback ohne ende so dann kommen wir hier nach links nach ganz links zu mir weil hier ist nämlich der übergang nicht so und nicht so lang so mal hier was oder auch irgendwo eine Pflanze mit den ganzen pinken nicht der ist einfach nach rechts ich weiß ich muss aber ich kann schlicht zwischen die bäume laufen leider im Kano Mh Kano, naja ich geh mich grad hoch ein ich hole mal eben Dings oder sind Revengers drei stück klar kommst du mit mhm halt Perno, halt was halt hier ist Honig wenn du den haben willst hier oben hm Ein Raptor. Warte mal ganz kurz, oh ein Scheinhorn, ich bin zwölf. Ich mein ja, ich will mir aber jetzt, ne, fehlt eins. Das Scheinhorn ist weg. Ach man. Das war sowieso kacke. Nein, es kann, ne ach hier, es steht am Heilding. Alles gut, ich hab's wieder. Oh, Stamina. Nächster Level geht in Stamina. Ihr wisst, wie's lang geht? Ja. Bist du schon vor uns, oder das? Ne. Für mich Revengers ohne Ende. Ich bin jetzt an diesem grünen Ding, wo man craften kann. Ah ja, ich seh euch. Ist ja unübersichtbar. Ich hab ihn markiert. Ist das ein Level? 80. Und kann man, kann man da jetzt schon die Chaineden hier, die Dings sehen? Ne, kann man nicht, die Aufladung kann man nicht sehen. Und was da ist ein Ravage? Dann tun wir das mal hier hin. Ja, wo ist denn das jetzt? Ah, da. Lass uns hier rechts auch weiter gehen, weil da ist noch einer. Ah, ist wo? Ja, dann macht sie ihn doch tot. Naja, okay. Willst du das nicht mitnehmen? Die sind eh falsch hier.